Stefan Meross gibt sich große Mühe, um seine Tochter Johanna glücklich zu machen. Und darüber, dass Papa an ihrem Leben teilhaben will, freut die junge Frau sich natürlich sehr. Es schien, als wäre das Verhältnis zwischen Stefan Meross, 48, und Tochter Johanna, 22, in den vergangenen Jahren noch zerrütteter geworden. Er solle sich gar nicht kümmern, hieß es. Doch nun hat sich offenbar etwas getan zwischen Vater und Tochter. Rabenvater, von wegen, das süße Geheimnis ist nun gelüftet. Der Schlagerstar legt sich ins Zeug. Er will an ihrem Leben teilhaben. Nicht umsonst verfolgt Meross auf Instagram gespannt, was Johanna erlebt. Und kommentiert fleißig. Wow, du wirst immer hübscher, schreibt er unter einem Foto der 22-Jährigen. Gute Gene, antwortet Johanna prompt. Entgegen allen Gerüchten scheinen Vater und Tochter ein gutes Verhältnis zu haben. Zu ihrem 22. Geburtstag überreichte ihr der Künstler sogar ein ganz besonderes Geschenk. Eine Kassette von ihm, bestimmt mit persönlichen Liedern für sie. Was für eine süße Idee. Es scheint, als wolle sich der Sänger für Johanna besonders ins Zeug legen. Und ihr endlich ein toller Papa sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR